Jueva Schemzig ist mit Abstand der bedeutendste und wichtigste internationale Wettbewerb für europäische Vereinsmannschaften. Jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Verein möchte dort einmal teilnehmen. Besonders für die kleinen und eher unbekannteren Fußballvereine bedeutet alleine schon die Teilnahme sehr viel. Nicht nur weil für die sehr viel Geld herausspringt, sondern weil auch der Name eines Klubes davon profitiert. Denn umso häufiger man an der Schemzig teilnimmt, umso länger bleibt der Name eines Vereins im Gedächtnis. Fußballvereine wie Sparta Prag, Panadinaikos Athen, Klub Brügge oder Apuel Nicosia kennen die meisten hauptsächlich nur, weil sie sich so häufig für die Champions League qualifiziert haben. Zwar kennen wir jetzt alle den FC Sheriff Tiraspol, aber ich wette mit euch, wenn der sich in den nächsten 5, 6, 7 Jahren nicht mehr für die Champions League qualifiziert, würde fast jeder vergessen haben, dass er mal in der Champions League spielte. Im heutigen Video geht es um 5 Fußballvereine, wo ihr niemals gedacht habt, dass sie sich schon mal für die Champions League qualifiziert haben. Teil 3 Nummer 5 RCD Mallorca Der Real Club Deportivo Mallorca, wie er mit Vollständigen Namen heißt, ist ein spanischer Fußballverein aus Palma de Mallorca, der Regierungssitz der Balearischen Inseln. Mit mehreren Auf und Abs spielte RCD Mallorca regelmäßig in den höchsten spanischen Spielklassen. Der Verein hatte seinen absoluten Höhepunkt zwischen den späten 1990er Jahren und den frühen 2000er Jahren, als er 2003 nach den letzten Finale Niederlagen 1991 und 1998 erstmals spanischer Pokalsieger wurde. 1998 gewann man auch die spanische Supercoppa und erreichte 1999 das Finale des Europapokals der Pokalsieger. In der Saison 1998-99 erreichte der Verein mit Platz 3 die bisher beste Platzierung des Klubs in der Liga jemals. Durch den dritten Platz in der Liga durfte der Verein an der Champions League Playoffs teilnehmen, wo man aber an den norwegischen Fußballverein Molde FK gescheitert ist. Nur ein Jahr später, 2001, erreichte der Verein wieder den dritten Platz in der La Liga. Diesmal hat es wirklich geklappt und der RCD Mallorca hat sich erstmals für die UEFA Champions League Gruppenphase qualifiziert. Allerdings gab es in der Saison 2001-2002 insgesamt zwei Gruppenphasen, die man überstehen muss. Einmal die Vorrunde und einmal die Zwischenrunde. In der Vorrunde holte man insgesamt 9 Punkte und besiegte sogar am ersten Spieltag den FC Arsenal. Wegen die man aber wegen der schlechteren Tordifferenz nichts weiter, sondern am Ende wurde RCD Mallorca Dritter. Heute spielte RCD Mallorca noch in der höchsten spanischen Spielklasse, aber eine weitere Teilnahme an der Königsklasse gab es danach nicht mehr. Nummer 4. Arlborg BK Der Arlborg Bulls Spielclub von 1885 ist ein dänischer Fußballverein aus Arlborg. Der Verein gewann im Laufe seiner Existenz insgesamt viermal die dänische Meisterschaft und dreimal den dänischen Pokal. Nach der ersten dänischen Fußballmeisterschaft 1994-95 durfte der Verein an den Champions League Qualifikationsspielen teilnehmen. Der Verein schied zunächst in den Qualifikationsspielen für die UEFA Champions League 1995-96 von Dynamo Kiew aus, aber nach einem Bestechungsskandal wurde Kiew vom Turnier ausgeschlossen und Arlborg trat an seiner Stelle an. Arlborg BK war damit die erste dänische Mannschaft, die in der UEFA Champions League antrat. Besonders erfolgreich war aber Arlborg nicht bei ihrem ersten Mal. Denn mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier Niederlagen ist der Verein als Gruppenletzter ausgeschieden. Es dauerte dann auch noch lange, bis Arlborg eine zweite Chance in der Champions League bekam. In der Saison 2007-08 gewann Arlborg seine dritte dänische Meisterschaft und qualifizierte sich für die Qualifikationsrunden zur Champions League Gruppenphase 2008-09. In den Quali-Runden besiegte Arlborg den FK Modriczka und den FBK Kaunas und qualifizierte sich so wieder für die Gruppenphase der UEFA Champions League. Dort holte man gegen United, Celtic und Co. sechs Punkte raus und kam so als dritter in den UEFA Cup, wo man sogar bis ins Achtelfinale kam. Nummer 3. MSK Celina Der MSK Celina ist ein Sport- und Fußballverein aus der slowakischen Stadt Celina. Der im Juli 1908 gegründete Fußballverein gehört zu einer der besten und erfolgreichsten Fußballvereine im Land. Der Verein wurde insgesamt 9x slowakischer Meister, 1x slowakischer Pokalsieger und 4x slowakischer Supercup-Sieger. Nach ihrer 7. slowakischen Meisterschaft 2010 nahm der MSK an den Champions League Qualifikationsrunden teil. Dort setzte man sich gegen den FC Bilkir Kara 3 zu 1 und den PFC Liteks Lovetsch 4 zu 2 durch und man kam in die letzte Champions League Playoffs Runde. Hier setzte man sich 3 zu 0 gegen Slavia Prag durch und man qualifizierte sich erstmals für eine UEFA Champions League. Dort wurde der slowakische Klub in die Gruppe F zugelost, zusammen mit Teams wie der FC Chelsea, Spartak Moskau und Olympique Marseille. Bei dieser ersten Champions League Saison enttäuschte Celina regelrecht. Man verlor einmal gegen Chelsea 1 zu 4, gegen Spartak Moskau 3 zu 0 und gegen OM 7 zu 0. Am Ende der Krummphase standen MSK mit 0 Siegen, 0 Unentschieden und 6 Niederlagen und eine Tordreferenz von minus 16 mit 0 Punkten auf den letzten Gruppenplatz. Die Champions League Saison 2010-11 war nicht nur die letzte Champions League Saison für den MSK Celina, sondern auch allgemein die letzte im slowakischen Fußball. Nummer 2 Helsingborg Der Helsingborgs IF ist ein schwedischer Fußballverein aus dem südschwedischen Helsingborg. Der Verein wurde im Land insgesamt 7 mal schwedischer Meister, 5 mal schwedischer Pokalsieger und 2 mal schwedischer Superpokalsieger. Der Verein gehört zu einer der erfolgreichsten und besten schwedischen Fußballvereine überhaupt. 2000-2001 besiegten die Schweden Barty Borisov und Inter Mailand und qualifizierten sich so erstmals für die Gruppenphase der UEFA Champions League. In der Gruppenphase angekommen, überzeugte Helsingborg anfangs nicht so wirklich. Man verlor einmal gegen die Bayern 3 zu 1, gegen PSG 4 zu 1 und gegen Rosenborg Trondheim 6 zu 1. Besser wurde es zum Ende hin. Dort verlor Helsingborgs IF keines ihrer drei letzten Gruppenspiele. Aber für ein Weiterkommen reicht es nicht. Man ist mit 5 Punkten ausgeschieden. Nummer 1 RTS Vitecz Lucz ist ein polnischer Fußballverein, der in seiner Geschichte vieles gewinnen konnte. Man gewann insgesamt viermal die polnische Meisterschaft, einmal den polnischen Pokal und einmal den polnischen Superpokal. Auch wurde man viermal polnischer Zweitligameister und kam 1983 ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister. Nach der polnischen Meisterschaft 1996 und dem Sieg gegenüber Brand BIF in der Champions League Qualifikation nahm Vitecz Lodz erstmalig an der Champions League teil. In der Gruppenphase holte Vitecz Lodz insgesamt einen Sieg, einen Unentschieden und vier Niederlagen. Am Ende schied der polnische Fußballklub mit vier Punkten als Gruppendritte aus. Danach konnte sich der Verein kein zweites Mal für eine Champions League begeistern und 1996-97 bleibt wohl ihre letzte. Nach mehreren Lizenzentzügen und finanziellen Problemen wurde der Verein 2015-16 in die 5. Liga Polen zurückgestuft. Es dauerte aber nicht lange, bis dieser 2019-20 wieder in der polnischen 2. Liga zurückgekehrt ist. Dieses Saison steht der Verein sogar auf einem möglichen Aufstiegsplatz und eventuell sehen wir den Verein wieder in der Extra-Klasa. Ja Leute, welchen Verein würdet ihr gerne mal wieder in der Champions League sehen oder welchen Klub habt ihr schon mal in der Champions League miterlebt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr Teil 1 und Teil 2 noch nicht gesehen habt, dann guckt die gerne nochmal an. Die sind jetzt hier in der Endcard verlinkt. Dort sind alle verlinkt. Wie gesagt, Like und Abonnieren nicht vergessen. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.